Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Minecraft Hexet heute mit Streetmaster Hallo Ja und ich dachte mir, komm ich mach einfach mal was anderes, ich hab jetzt ziemlich lange am Keller gebaut In den letzten Folgen und ähm, ja jetzt nehmen wir mal zusammen ne Battletower-Folge auf Und ja, ich hoffe wir schaffen das In der Folge jetzt Ich weiß auch, wie eine Woche lang unten hier auf dem Server drauf Ja genau Da gucken wir mal Es hat sich sicherlich einiges getan Ich weiß gar nicht, wann ihr bei mir die Folge, glaub ich, gerade seht Mhm Ich glaube am 22. März Muss das sein Ja, genau So, Creeper tot 17 Attack Man Damage, Gott Geil Ist heftig Na gut, ähm Wie machen wir das jetzt? Soll ich noch, ich Lern noch mal mein Inventar aus Ich auch Ich tu mal hier Hoffentlich noch mal schlafen gehen Ja, würd ich auch sagen Ich mach einfach hier so Passt schon Ich brauch ganz schnell in Fliege Ich brauch ganz schnell in Lager Okay, ich geh schon mal ins Bett, ja Ich auch im Bett Gut Ja, ähm, ich guck mal nach unten noch Vielleicht kann ich ja noch irgendwas mitnehmen Also ja, Hammer und, äh, Exquerder Wurde ich auf jeden Fall raus tun Hm Wurde ich auch So Sie war auch Hm, ja stimmt Ich brauch mal ne Rüstung noch Zumindest noch mal ne Chestplate Da muss ich mir eine aus Eisen bauen Weil die ist irgendwie kaputt, die andere Keine Ahnung, wo die hin ist Muss schon mal gucken Hier hab ich noch was, aber Das hält nicht mal lange Obwohl hier ist noch Hm Hier ist die Chestplate Ja, komm, nehme ich jetzt einfach die Freezerite Und als Helm Ah, keine Ahnung Vielleicht einfach ein Eisenhelm Hm Oder Diamant Das würde auch gehen Okay Ich hab halt diese Thieves-Wurst Ja Hm Das ist ungehegut So, ich hab ja meinen Monokel auf hier Von Bibliocraft Die ist einfach mal An der Fackel gerade gewählt Auch mal so ne Maus Äh, der Maus Der Federmaus Oh Hä, an der Fackel Jo Geht das überhaupt Keine Ahnung Naja Okay, also ich Scheiße, ey Ich wär dann bereit Eigentlich, oder Vielleicht noch ein Wassereimer Ich lauf schon mal die ganze Zeit hin und her Kein geschmortenes Kein geschmortenes Das ist Eisen Hm Ist traurig Ist das ne Schaufel? Hm Ich hab nur eine aus Diamant Also hier Erfischen sie zwei hab ich da Ach, okay Und du bist noch blunder Schaufel Wenn du hast Hm So Ich wär dann auch bereit Okay, ich hab mir einfach nur meinen Eimer gemacht Und hol mir gleich nochmal Wasser Einfach auf den Weg Ja, dann kann man los Wird ich sagen Genau Ähm Okay, ging's lang Dann links Ja Glaubste? Ich glaube Ja Das war bei diesen Eisbegungen da Ja, achso Wo dieser Mammut noch rumläuft Aber war das nicht woanders Na gut, warte, ich guck einfach mal Nee Ich hab ja die Folge auch gesehen Ich hab ja die Folge auch gesehen Und ich glaube das war eher in einer anderen Richtung Also Ja, warum folgen Ja, warte, ich bin hier Ich bin viel zu schnell Ja, das stimmt So Moment, ich brauch mal Wasser Da nehm ich einfach das Eis hier So Die Karte gucken Ich glaub da hinten war der, ne In der Richtung Genau Ich hab den ja auch markiert Ach ja, stimmt Da ist auch noch der Battle Tower Ah, ich seh ihn gerade nicht Oh, ich seh nur Diamanten Am Berg Lol Geil Die baue ich mal ab Kann man sich mal gönnen So, auch da unten Unten ist es Ach, da Ich hab die Render Distanz so niedrig Deshalb Okay So Also ich seh mal Skelette Und Zombies Hm Sieht geil aus irgendwie Wenn das so durchsichtig ist Ich mach mal ein Thumbnail noch Mal mich wieder zehnmal jetzt drücken Auf den Knopf Oh, scheiße Was? Stop Hm Hm Ich muss mal rein Das klingt doch auch wieder schlimm Naja zur Not mal später noch Ja, ich hoffe wir sterben nicht Aber wieso bin ich, wieso bin ich nicht fertig? Ich verstehe das gerade irgendwie nicht Oh, warte ich halte immer So 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 Ich muss mal löschen Hier drin Steig Sack Oh wow Wir dürfen auf jeden Fall nicht Fackeln irgendwie an die Wände setzen Weil sonst schmilzt das, ne Hm Warte, wo bist du gerade? Ich bin jetzt in der zweiten Etage schon So, kannst du noch runterkommen oder warte, ich mach so einen Screenshot Okay Du kämpfst oder so So, ich weiß egal, wo die ganzen die gar nicht dran sind oder nicht Okay Naja, du kannst ja eh irgendwie rausschneiden immer So, Moment Oh, hier ist ein Amboss drin, ist ja geil Und Rasen Na gut Nice Hast du unten die Kiste mitgenommen oder war eigentlich nicht viel drin, ne? Ne Und Federnutzung, Scheiß Oh shit, ich hab kaum noch Essen Ich hab nur sieben Äpfel, die ich ja gerade gefunden habe Kann ich vielleicht was geben? Oh mein Gott Nummer eins und So Nummer zwei Sehr gut Ich muss gleich Karotten essen Hier sind Enderperlen Oh Nicht schlecht Oh, ein Brot ist ja gut, das kann ich brauchen Ohne Schaufel Schaufel brauch ich Sehr gut Ich will jetzt ja nicht mehr den Gifteffekt kriegen von den Spinnen Vielleicht noch gleich wie so ein komischer Golem Oh ja, der ist immer ganz oben dann Oh Mann ey, oh Scheiße Oh Mann ey, oh Scheiße Einige sagen ja in den Kommentaren, der ist leicht, aber der ist übel schwer einfach Ich habe nicht BetterCraft geschrieben. Wir teilen uns dann am Ende am besten alles. So, Moment. Spawner sind weg, okay. Oh. Ich mache erst mal hier das weg. Ich kann die mal kurz hier abbauen. Bei der Gelegenheit. Da kommen noch weitere von oben. Das ist immer nervig mit den ganzen Löchern. Oh, zwei Diamant. Magic Essence, Golden Carotte, Emerald. Das ist auch gut. Magic Essence, richtig nice. Oh, scheiße. Jetzt bin ich runtergefallen. Oh, lol. Ich echt bin einfach zu schnell. Ich bin in die Treppe. Da sind auch Dias drin. Kannst du vielleicht nehmen. Ja, warte. Ich habe ja schon Dias gefunden vorhin. Oh, diese Skelett, ne? Ach, du scheiße. Das glaube ich so eine OP-Spinne mit dabei. Ich nehme die Gias mit. Okay. Oh, Mann. Oh, lol. Ich lasse mich nicht zwei Etagen runter, ey. Ich baue mal hier zu mit Cobblestone. So. Hast du deine Spitzsacke verloren? Nee, die habe ich nicht. Oh. Moment. Jetzt kann ich ihn vielleicht bekämpfen. Oh nein, der Gulen. Scheiße. Scheiße, der hat mir gerade richtig viel Leben gezogen. Ich versuche ihn mal abzuschießen. Oh, ich bin gleich tot. Scheiße. Wir haben ihn. Oh, ich habe ihn. Jetzt nur löschen. Nice. Oh. Wir sind auch nochmal Dias gewesen. Und 16 Smaragda einfach mal. Ja, geil. Unüberlebt. Als ob OP-Äpfel. Echt? Oh. Ich habe vier OP-Äpfel. Scheiße, jetzt habe ich hier oben die Kiste gesprengt. Als ob. Oh, scheiße. Nein. Ich bin gestorben. Helfer. Oh, was steht da? Was dumt du vor? Was fühlt man seit tausend? Was? Als ob. Du hast mich gekillt. Wie denn das? Keine Ahnung. Oh, jetzt kriegt alles zusammen. So, warte mal. Da muss ich mal meine Items holen. Hä, hier ist noch eine Kiste. Achso, das war die mit den komischen Formen. Warte mich einfach mal raus. Mein Gott, ich will die alle retten, alles zusammen. So, ich hoffe mal, dass ich es wiederkriege. Scheiße, das muss ja wieder passieren. Oh. Naja. Ich habe es tatsächlich überlebt. Ich hätte mich mit einem MLG noch retten können, vielleicht, aber ich war einfach zu faul, da drauf zu wechseln, auf dem Wasser einmal. Aber wieso macht mir Minecraft einen Sündenbock für deinen Tod? Hm. Ist echt. Stimmt. Ja, vielleicht mal deine Sachen einsammeln. Ja, kannst du, zumindest was geht. Vielleicht kannst du kurz eine Kiste machen. Jo. So, dann komme ich schon mal hin. Ich brauche auch noch ein bisschen. Ich habe ja nicht so krasse Schuhe wie du. Ja. Ich war schon mal in der Kiste. Okay. Oh, ich sehe dich. Leu, ich sehe dich als weißer, als weiße Umrandung da hinten am Horizont. Sieht lustig aus. Ich habe irgendwie so einen Stuhl Reaper, ist das gut? Ähm. Ja, behalte sie einfach mal. So. Ich stacke mich dann mal hier hoch. Ich habe immer noch 22 Level. Das ist da mir die ganze Zeit irgendwie so Clay ein. Ich hatte anscheinend 44 Level. Ziemlich viel. Hätte ich eigentlich gebrauchen können noch fürs Verzaubern. Ich wollte mir sowieso jetzt Verzauberungszeug machen. Und der ganze Turm ist jetzt einfach überschwemmt. Oh Mann, ey. Brauchst du Clay? Ähm. In LPT brauche ich es. Aber hier nicht. Glaube ich zumindest. Ja, es liegt ja sowieso hier rum. Dann nehme ich es mal mit. So. Hier ist die Kiste. Okay. Und äh. Jetzt aber ein Zombie-Head. Was ist mit den restlichen Items? Weiß ich. Ich weiß ja, wo wir sind. Ach so. Scheiße. Dann muss ich die noch finden. Ach, die sind ja alle auf dem Baum. Warte, jetzt muss ich mich mit Clay hochstacken. Weil ich nichts anderes hab. Und noch, ey. Ich hab auch noch verloren. Ich weiß ja gar nicht. So. Hier liegt alles rum. Nicht, dass das noch verloren geht. Hier ist mein Grabstein. Guck mal nach oben. Ich weiß, ob ich oben noch was ging, hast du mit dir. So. Ich werfe erst mal. Ah, warte mal. Da ist noch Clay. Wieso ist der Tower zusammengebrochen? Das weiß ich nicht. Ich hab auch nicht verstanden. Das hat vorhin irgend so ein komisches Geräusch gemacht. Und dann ist er explodiert. Hm. Keine Ahnung. Hier steht, äh, Battletower. Boyan has fallen. Without his power, the tower will collapse. Hm. So. Meine Schuld. Oh, hier sind noch Schuhe. Das ist ein Grabstein. Sigma 90, jetzt the ground too hard. Ziemlich komisch, weil eigentlich steht da im Chat, dass ich dich getötet habe. Ja, stimmt. Da müsste ja eigentlich dasselbe stehen. Ist doch Larpis. Ich bin einfach, ich bin einfach zu schnell. Ja. So, jetzt muss ich überall, äh, Cobblestones hinsetzen auf die Bäume. Aber ich muss ja mein, äh, Zeug retten. Aber ich glaube, jetzt hab ich alles. Ja. Und, da unten war ja irgendwie noch eine neue Spitzhacke drin. Genau, mit Efficiency 2. Na. Na gut, dann würde ich aber sagen... Hast du noch Larpis dabei gehabt? Ähm, Larpis? Ich glaube ja, kann... Sie offenbauen. Kann sein. Ich werfe mal irgendwas weg. Chassiz. Hier ist immer noch so viel Clay. Ich nehm den einfach mal mit. Was auch immer da, ist Schlott frei, zufällig. Ähm, ne. Aber du kannst ja hier in die Kiste irgendwas tun. Ich tu mal ne Schere raus und, äh... Dann würde ich dir, äh, zwei OP-Äpfel geben. Okay. Das kannst du machen. Unter dir. Oh, lol. Das ist ein Zeichen. Geil. Das ist ein Zeichen, das Medaillet. Das ist irgendwie Äpfel. Okay. Oh, 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 warte. Er ist auf deinem Bogen. Ah, ja, stimmt. Der... Oder der Schaufel auch noch. Ah, ja. So, warte. Ich tu erstmal hier ne Blume noch raus. Äh... Was noch gab, irgendwie... Lillipet oder so? Ich glaub nicht. Doch, ich glaube, doch. Einen Lillipet hatte ich dabei. Stimmt. Gerne. Hast du immer so einen Soul Reaper gehabt? Mh... Kann sein. Ne, ich glaub, den hast du eingesammelt, aber... Na, ja. Gut. Geil. So, hier ist jetzt nichts mehr. Kann er hier die Rockbench noch rein? Oh, Mann. Wenn man den Battle Tower erfolgreich siegt. Ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen von der Folge. Und... Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wo wir dann wieder beim Haus weiterbauen. Was machst denn du da? Keine Ahnung. Okay. All die Schlepp-Kochen. Ja, dann... Bis später und tschüss. Oh, lieber nicht.